Der Typ bedroht meine Familie und will mich treffen. Er wusste genau, wie er mich kriegt. Gut, ich schlucke den Köder. Woh, ich schlucke den Köder. Grüß dich, ich schlucke den Köder. Der Datenfluss teilt sich auf. Es gibt zwei CTOS-Kästen. Der Datenfluss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bellweather Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Na gut, Damien. Reden wir. Das war's für heute. Bist du ein kluger Junge? Drinks gehen auf mich. Hey. Hast du mich vermisst? Du hast meine Schwester anrufen lassen. Warum bin ich hier denn? Bist du mal so ernst, Eden? Mein Gott! Wirst du denn nie locker? Ich will meinen Partner zurück. Ich am Computer. Du, da draußen bei der Männerarbeit. Ich will dir helfen. Wir wollen beide dasselbe. Antworten. Wer griff uns an? Und ich weiß zufällig, du steckst fest. Ja, schon klar. So. Ich bringe eine frohe Botschaft. Das Merlot. Das Merlot? Die Merlot-Sache hast du versaut. Bullshit. Du bist aus einem perfekten Plan ausgestiegen. Es wäre nicht aufgeflogen, hättest du zu mir gehalten. Ein kleines Mädchen. Meine Nichte starb, weil du zu weit gegangen bist. Oh, wie süß von dir. Machst mich für deine Familienprobleme verantwortlich. Damien ist zu weit gegangen. Er hat die bösen Männer wütend gemacht. Und ich... Was ist mit dir? Du bist nicht der Einzige, der leidet. Die haben mich vergriffelt. Die haben mir alles genommen. Siehst du es nicht? Das ist unsere Verbindung. Du hast nichts, was ich brauche. Es gab noch einen Hacker. Es gab einen zweiten Hacker. Und ich weiß, wie man ihn findet. Tja, das mag sein, Damien. Aber das kannst du nicht allein. Du brauchst mich. Dein großes Problem ist... Ich dich nicht. Huch jetzt nicht ab. Das ist eine Spur. Danke für den Tipp. Ich habe zu Damien aufgeschaut. Er brachte mir bei, Programmschwachstellen zu finden und zu nutzen. Und ich brachte ihm bei, dasselbe ohne Computer zu tun. Menschen sind anfälliger als ihre Systeme. Wir waren ein starkes Team. Nach Linas Tod war ich mit ihm fertig. Ich verschwendete keine Gedanken mehr an ihn. Aber jetzt kommt er wieder zurück. Ich muss wissen, was im Merlot passiert ist. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Eine Hackergruppe, die sich selbst Deathsack nennt, warum die Bürger, dass das CTO es akzeptiert wird. Er wird jemanden abknallen. Oh Gott, der hat eine Wumme. 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 Oh Gott, der hat eine Wumme.